Wir wollen herausfinden, ob die Gesetze der Quantenphysik auch für die Gravitation gelten. Mein Name ist Markus Aspelmayr und mein Team und ich untersuchen an der Universität Wien im Experiment, wie Quantenphysik und Gravitation zusammenhängen. Mein Name ist Hans Hepa und ich bin PhD-Student in der Arbeitsgruppe von Markus Aspelmayr in der Uni Wien. Wir haben auf der einen Seite die Quantentheorie, wir haben auf der anderen Seite die Theorie der Gravitation, die einsteinsche allgemeine Relativitätstheorie. Das Problem ist, die beiden Theorien können nicht gleichzeitig richtig sein. Deswegen versuchen wir Experimente zu bauen, die überprüfen, welche der beiden Theorien stimmt. Wir versuchen Quantenexperimente zu bauen, bei denen wir die Frage stellen, wie sieht das Gravitationsfeld eines Quantenobjekts aus. Am Schluss müssen wir beide zusammengeben und der Natur die Frage stellen, verhält sich die Gravitation nach den Gesetzen der Quantenphysik. Wir wissen es nicht, finden wir es raus. Wir messen Gravitation zwischen zwei sehr kleinen Massen und nutzen dafür ein Messprinzip, das zum ersten Mal von Henry Cavendish im Ende des 18. Jahrhunderts verwendet wurde. Während Cavendish noch das Gravitationsfeld von einem Berg vermessen hat, ist das Gravitationsfeld, das uns interessiert, jenes von einer 2 mm Goldkugel, die wir dann hin und her bewegen wollen. Das heißt, wir wollen sehen, dass sich ein Pendel, was sich dort in der Nähe befindet, alleine aufgrund der Gravitationswechselwirkung zwischen diesen sehr kleinen Massen tatsächlich bewegt. Wir befinden uns hier im Tunnel vom Conrad Observatorium und können hier unser Experiment bei idealen Bedingungen durchführen, weil wir uns hier fernab jeglicher Großstädte befinden und deswegen sehr konstante Umgebungsbedingungen vorfinden. Dieses Experiment ist dafür gedacht, um die Lücke zwischen den Gravitationsexperimenten auf der einen Seite und den Quantenexperimenten auf der anderen Seite zu schließen. Das heißt, momentan trennen diese beiden Felder noch Größenordnungen in der Masse der involvierten Objekte und wir versuchen, diese Lücke ein bisschen von oben zu schließen. Das heißt, wir versuchen, die Objekte, für die man ein Gravitationsfeld nachgewiesen hat, immer kleiner zu machen und unser nächstes Ziel ist dann hier die Messung eines Gravitationsfeldes einer 20 Mikrogramm großen Masse. Die Quantenforschung lehrt uns, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist, sondern sämtliche Zwischentöne immer mitgedacht werden müssen, wenn wir zu einer korrekten Beschreibung der Wirklichkeit kommen wollen. Die Ergebnisse der Quantenforschung zeigen uns, dass wir über die Wirklichkeit, über die Realität viel zu naiv noch denken. Wir können Realität nicht unabhängig vom Beobachterdenken. Was wir von der Quantenmusik lernen, ist, dass sie uns nichts darüber sagt, wie die Natur ist, was real ist, sondern sie sagt uns, was wir über die Natur aussagen können. Und das ist eine fundamental andere Art und Weise, über die Natur, über die Wirklichkeit nachzudenken. Das haben wir immer noch nicht wirklich verarbeitet. Das ist die Aufgabe auch für die zukünftige Forschung, sowohl in der Physik als auch in der Philosophie. Die fatal boiling Love Das ist die Aufgabe auch für die probe, die Tage über 30 Minuten hergestellt hat. Das war's für abaste Unbekannte-Bere unclehas, die Huawei Minute 기다� earth然後 dietüму aus pessoas und habt ihr schon nie wieder zurück в Frage. Die Zeit sind wirklich verreichend da, bis Mari slice amatro esperar gesunde geographic. Das baut die Peragieren zu werden, was ist nicht ¡Gawy-Kön wszyscy bleiben, oder? Das ist eine Sache, bis heute zu dennoch! Auch hier, bis heute in dieser Gruppe Uhr oder vierge die Realität nicht nachzudenken,